Liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner, ich bin heute auf dem Spielplatz nach Schierker Straße, einen ziemlich großen Spielplatz, wo viele Kinder unterwegs sind, häufig aber auch von Größeren und von Älteren vertrieben werden oder geärgert werden. Wir haben daher das Neuköllner Spielmobil ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Initiative Respekt mit der Peter-Petersen-Schule überlegt, was kann man dagegen tun. Ergebnis, die Kinder haben sich überlegt und sich dafür entschieden, dass das Spielmobil regelmäßig hier vorbeikommt und beim Spielen unterstützt, mit vielen Fußbällen, ganz vielen verschiedenen Aktionen. Man kann hier heute Buttons machen. Also, es gibt ein großes Programm und die Kinder können in Ruhe und ausgelassen hier ihre Freizeit verbringen. Vielen Dank, alles Gute für euch. Tschüss, euer Falko Lieke, Jugend- und Gesundheitsstadtrat aus Röhrköln.